Hallöchen! Also, wie ihr wahrscheinlich auf der Überschrift schon gesehen habt, geht es darum abzunehmen. Und das Thema Abnehmen, das ist ein Riesenthema, das ist eine Riesenindustrie und ich habe mir da wirklich lange Zeit auch schon früher Gedanken gemacht, weil ich nie so ganz zufrieden war und dann habe ich verdammt nochmal 30 Kilo zugenommen, beziehungsweise doch noch mehr. Und dann war ich bei einem fucking Gewicht und ich sage Zahlen, ganz ehrlich, weil, wozu nicht? Also Zahlen, viele identifizieren sich mit Zahlen, das ist natürlich kein, genau wie BMI, das ist kein Leitwert, vor allem nicht für jeden Menschen, weil Zahlen einfach auch keine Aussage darüber geben, wie viel Muskelmasse man besitzt und wie viel Prozent Fett im Körper enthalten ist. Aber ich wog dann verdammt 106 Kilo her und das war auch ganz lustig, das kann ich noch erzählen. Und zwar, ich hatte lange Zeit so angenommen, jetzt geht es eigentlich einigermaßen besser so, ich fühle mich sogar einigermaßen fitter so und alles. Sport war damals gar kein Thema für mich, also das war auch eine lange seelische Reise. Also ich war komplett emotional am Ende, ich studiere Medizin seit 2017 und ich war dann ziemlich ausgepowert nach dem ersten Jahr und ich habe auch wirklich schon gemerkt, es gibt so Burnout-Erscheinungen. Ich bin wirklich stabiler Mensch, also ich habe wirklich immer auch Alkohol und was auch immer, ich habe immer durchgezogen, auch wenn ich gesoffen habe, ich wusste, ich muss am nächsten Tag durchziehen, ja. Und wer feiern kann, der kann auch aufstehen. So, und dann habe ich halt dann komplett wirklich auch, ich war so extrem in meinem Sport drin, so ich habe wirklich viermal die Woche harten Sport gemacht und zwar nie im Fitnessstudio, also ich war dann mal später mal im Fitnessstudio, aber ich fand es immer mit so Körperübungen immer viel am einfacher und es ist auch kostenlos, also daher, da kann man auch schon viel rausholen, aber natürlich, die Profis unter euch, die möchten vielleicht sogar lieber ins Fitnessstudio gehen, ja. Auf jeden Fall, ich habe dann, also ich steige jetzt mitten ins Thema ein, einfach, ne, also ein bisschen was zu mir zuerst und dann auch wirklich zu meinen Tipps, wie ich abgenommen habe und ich bin auch noch lange nicht am Ende meines Ziels, das war auch ein verdammt hohes Startgewicht. Natürlich, es geht immer höher, ja, ich bin auch gerade mit deiner Freundin am Arbeiten, die war bei 136 Kilo ungefähr vor vier, vier, fünf Wochen und jetzt ist sie 128, also es funktioniert auf jeden Fall, ja. Das, was ich jetzt hier propagiere, das ist keine Hardcore-Umstellung, sondern es ist wirklich einfach nur, wie man einen gesunden Körper pflegt und den auch wirklich auch wieder gesund macht, wenn man aus dem Gleichgewicht gekommen ist und zuzunehmen war bei mir nichts anderes, als wirklich aus dem Gleichgewicht zu kommen. Natürlich, es gibt Menschen, die sind auch dann glücklich und die sind auch dann eventuell auch psychisch und so weiter stabil und im Gleichgewicht und da will ich auch gar niemanden touchen und was auch immer. Body-Shaming finde ich hochscheiße, also nein, also ich spreche wirklich von den Leuten, die sich jetzt unzufrieden und unwohl in ihrem Körper fühlen und die da was ändern möchten. Ich spreche aber auch nicht von denen, die vielleicht, naja, natürlich, vielleicht funktioniert es auch bei denen mit geringen Gewichtsverlusten von zwei, drei Kilo oder sowas, Leute, die schon 60 Kilo wiegen und 58 wiegen wollen oder sowas. Natürlich, das kann man bestimmt auch auf sowas anwenden, das, was ich jetzt sagen werde, aber fange einfach gleich mal an, ja. Egal, meine Geschichte kann ich irgendwann anders erzählen, so. Ich mache das jetzt auch alles super spontan. Ich habe keine Kamera, ich habe, mein Akku ist leer von meinem Handy, ja, also. Ich war jetzt gerade spazieren und da habe ich einfach so viele Gedanken gehabt und da dachte ich mir so, ich muss das mit jemandem teilen, vor allem jetzt, wo ich noch mittendrin bin, vielleicht sogar noch am spannendsten für die anderen Leute, doch noch mitzukommen und mitzugucken, so wie ich mich noch verändern werde. Ich habe auch Instagram, das kann ich euch auch verlinken. Da pause ich schon ein paar Bilder von mir, so. Und da sieht man dann auch schon vorher-nach-Effekte irgendwann mal wieder. Weil die krassen, heftigen Bilder, da sah ich insgesamt doch ziemlich, ziemlich am Ende aus, ja. Man darf ja nie das Gesamtbild vergessen, so gelbe Zähne und schlechte Haut und nie so richtig Self-Care gemacht, ach, unrasiert und was weiß ich. Leute, also, es geht dann wirklich, es ist nicht nur das Wort Weight Loss Journey, sondern es ist eine Reise und es ist vor allem eine Reise zu sich selbst, ja. Weil, wer einmal so richtig aus dem Gleichgewicht gekommen ist, Katze, hör auf, Milo! Ja, wer einmal so richtig aus dem Gleichgewicht gekommen ist, der wird auf jeden Fall verstehen, dass das höchste Ziel nicht abzunehmen ist. 10 Kilo in zwei Wochen, 14 Kilo in drei Jahren oder was. Also, das ist nie das Ziel, wirklich abzunehmen. Und viele sagen, das Ziel ist, es zu halten, ja. Aber wer sich quält und sich sein Leben lang durchquält, der ist auch nicht glücklich und das ist auch nicht das Ziel. Das Ziel ist, das allerhöchste Ziel ist Gesundheit. Und das habe ich auch gelernt in meinem Medizinstudium, dass man, oder dass ich vor allem auch auf meine eigene Gesundheit jetzt sehr viel mehr Wert lege. Weil am Anfang ist das so, wenn ein Kind anfängt zu wachsen, so, es wächst gerade so von alleine und das funktioniert alles sehr gut, natürlich mit Eltern, die darauf aufpassen und das gut füttern und was weiß ich. Ja, aber sobald man erwachsen ist, merkt man, dass man doch für die Dinge, die man haben will, für das Glück, das man im Leben haben möchte, Intelligenz, Wissen und Arbeit reinstecken muss, ja. Und wenn man dann einmal so auf den Gleichgewicht gekommen ist und alles nicht mehr so lock-off-lockig funktioniert und man auch auf einmal nicht mehr so sein Gewicht halten kann und das ist natürlich bei vielen Leuten wegen Optik, ja, das ist ein großes Ding, ja. Also, viele wollen einfach geil aussehen, geiler Körper, krasse Kleidung, nice Zähne, oh Gott, nice Zähne und, ja, da ist natürlich Optik ein Riesenfaktor in unserer heutigen Gesellschaft und, ja, das ist ein Thema auf jeden Fall und, ähm, viele sind auch einfach unglücklich, wenn sie sich nicht schön fühlen, ja. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, die ganzen Schönheits-OPs und so. Früher habe ich das gehe hast, ja, habe ich gesagt, man muss sich so akzeptieren, wie man ist. Mittlerweile sage ich, also, wenn man schon was Gutes für sich tun kann und das wirklich auch ein ganz anderes Level so an Gesundheit erbringt, ja, psychische Gesundheit, ja, dann wollen wir da jetzt auch gleich mal anfangen bei dem Thema psychische Gesundheit und zwar das Aller-Aller-Wichtigste beim Abnehmen, was ich gemerkt habe, ist loszulassen und einfach mal den Stress, Stress sein lassen und einfach drauf scheißen und dieses drauf scheißen, das zieht sich die ganze Zeit weiter, also, vor allem muss man mal drauf scheißen, was die anderen Leute sagen, weil ganz ehrlich, selbst eure besten Freunde, selbst die härtesten, nicesten Kollegen und wer auch immer, der euch immer zuhört, immer mit euch redet, ja, wieso haben die denn, äh, haben die nicht das Wissen oder haben die nicht das Interesse oder wieso haben die denn bisher nicht euch geholfen, das ist ein sehr kontroverses Thema, ich weiß schon, man will ja seine Freundin niemals irgendwie ausschließen aus seinem Leben, aber Moment mal, also ganz ehrlich, wahre Erfolge feierst du selber, darum geht's mir, wahre Erfolge feierst du für dich, ja, und wenn die, wenn das Cup voll ist, ja, also wenn wirklich das Glas voll ist, dann kannst du auch anderen Leuten wieder mehr daraus geben, oh Gott, meine Haare, ja, und, ähm, du kannst aus einem leeren Glas nichts gießen, ja, das heißt, das Allerwichtigste bist du zuerst einmal, das heißt, toxische Freundschaften generell komplett erstmal drauf verzichten, und ja, ich hab einen besten Freund und ich liebe den über alles, der heißt, äh, ich sag jetzt nicht wie der heißt, aber ich liebe den über alles, der ist der witzigste Mensch, der hat ungefähr dieselbe Story, wir haben beide so russische Eltern oder ukrainische Eltern, wir sprechen beide dieselben Sprachen, auch noch, wir waren auf derselben Schule, wir haben beide Abitur gemacht, wir haben beide dieselben Ziele gehabt, und so weiter, lange Zeit, und dann, ähm, ähm, war der auch, äh, 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 dabei immer live, als ich, äh, immer mehr zugenommen habe, und der hat immer Witze drüber gerissen, und, lieber Alex, ich weiß, du wirst das irgendwann sehen, aber das war scheiße von dir, ja, egal, auf jeden Fall, ähm, das hat mich auf jeden Fall nicht aufgebaut, und, ja, Freunde kennen dich vielleicht gut, aber sie können, die kennen dein Äußeres vielleicht, die kennen auch mal die schwachen Momente, aber was tagtäglich in deinem Kopf abgeht, jeden Gedanken, den du denkst, jede negative Emotion, die du fühlst, das sind deine Gefühle, und du darfst sie niemals, ähm, 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 ja, dann kann man jetzt viel sagen, was man nicht machen soll, oder was man machen sollte, mit negativen Emotionen und so weiter, aber, worauf ich hinaus will, ähm, dass du dir erstmal selber, ähm, im Klaren darüber wirst, ähm, das glücklich sein, das höchste Ziel ist, ja, also, äh, es nützt nichts, spargeldünn zu sein, und jeden Morgen zu denken, scheiße, neuer Tag, ich hab wieder schon, wieder keinen Bock auf meinen Job, wieder keinen Bock auf meine Kinder, keinen Bock auf meinen Mann, babababa, wenn alles andere Scheiße läuft, bringt auch dünn sein nichts, es bringt nichts, es gibt viele Beispiele, Leute, die einfach von krassen Gewichtsverlusten erzählen, und die dennoch nicht glücklicher sind, weil du musst erstmal das Glück in dir drin finden, irgendwie, aber die Frage ist natürlich, wie, und, ähm, das sagen alle so, und ganz ehrlich, jetzt hab ich einen kurzen, gedanklichen Ausraster bekommen, vorhin, während ich spazieren war, ich hab früher diese, Dr. Mareike Are, die Frau Dr. Mareike Are, sehr gefeiert, wegen ihrem mentalen Ansatz, dass man anfangen muss, anfangen muss, bei den gedanklichen Strukturen von den Leuten, etwas zu ändern, wenn man versucht abzunehmen, und, ähm, natürlich, das war auch ein Teil von meiner Reise, der hat sehr viele kostenlose Videos, und ich kann es auch wirklich empfehlen, dass man sich das mal gönnt, so ein paar Meditationen, ja, nur das, das Beschissene daran ist, die machen alles schmackhaft auch mehr, und diese ganzen Programme, ich spreche nicht nur von so mentalen Programmen, wie sie durchzieht, ich spreche von anderen gesundheitlichen Programmen, und ich bin ganz ehrlich, all diese gesundheitsfördernden Programme, die sollten sich meiner Meinung nach zusammentun, verdammte Scheiße, und nicht jedem einzelnen Menschen das Geld aus der Tasche ziehen, was wirklich im Endeffekt der Fall ist, jedes Programm, ob Sophia Thiel, ob Sunny Nose, ob irgendjemand anders, egal wie gut die Leute es meinen, egal wie geil die Programme sind, Gesundheit ist ein Menschenrecht, verdammte Scheiße, und Übergewicht, und unglücklich sein, das gehört auf jeden Fall zu Gesundheitsschäden, ja, und das kann, ein negativer Gedanke, der kann sich in einen Teufelskreis entwickeln, und dieser Teufelskreis, der kann einen dann auch körperlich sich manifestieren, und zu chronischen Erkrankungen führen, die durch Übergewicht angefangen, dann zu Diabetes, zu Rheuma, Arthritis, etc. pp. führen, so, und, ganz ehrlich, Gesundheit ist, wie gesagt, Menschenrecht, und kein Mensch, der ungesund ist, hat Bock, sich von seinem eigenen Geld aus der Tasche da rauszuziehen, vor allem nicht die Kraft, die meisten Leute, die mittendrin stecken in irgendwas, ja, die haben einfach auch nicht mehr die Kraft dazu, über diesen Tellerrand, den es so gibt, hinauszuschauen, und sich an ihren eigenen Armen nochmal rauszuziehen, aus der Scheiße, ja, ich habe das einigermaßen selber hinbekommen, ja, ich hatte Unterstützung von meiner Familie, die haben mich immer geliebt, und so weiter und so fort, aber natürlich, es gibt auch viele, viele Ecken und Kanten, wie bei meinen Freunden zum Beispiel, was ich gesagt habe, wo du durch eine optische Veränderung doch plötzlich, ähm, erstens mal, du fühlst dich schlechter, sowieso, der Tag fängt schon scheiße an, so, und ich rede jetzt wirklich auch von solchen extremen Tagen, wo du schon vollgestopft ins Bett gehst, ja, ich hatte alles mögliche schon hinter mir, alle möglichen psychischen Sachen und so weiter, schöne Momente, und die schlimmsten auch, ja, und ich habe mich da selber rausgezogen, und, ja, ähm, wie gesagt, ich bin immer noch nicht am Ende meiner Reise zu mir selbst, aber ich fühle mich auf jeden Fall schon tausendmal besser, als im Dezember letztes Jahr, und das ging jetzt auch alles sehr schnell, deswegen würde ich jetzt auch gerne das irgendwie weiter teilen, und mir geht es nicht darum, Fame zu werden, und irgendwie, ähm, Geld zu verdienen, und was weiß ich, mir ist das vollkommen egal, ich habe genug Geld, ich kann genug, äh, ich habe genug andere Sachen zu tun, ich muss auch noch Medizinstudien nebenbei, mir geht es darum, wertvolle Tipps an die Hand zu geben, Leuten, die sie wirklich brauchen, und zwar, Leuten, die wirklich krass in der Scheiße stecken, die wirklich auch keine Ahnung mehr haben, die voller Verzweiflung irgendwelche Trainings, und irgendwelche Supplements kaufen, ohne Verstand, und ohne nachzudenken, so, weil die nicht mehr denken können, ja, weil die schon so vor Angst getrieben sind, dass das alles noch schlimmer wird, und dass sie, wirklich Angst ist wirklich eins von den größten Auslöschern von Erfolg, ja, weil, Angst zu haben, und dann, das ist auch so ein Zutrittstor für die Meinung anderer Leute, ja, und, you know what, other people's appeal, appeal, ja, anderer Leute Meinung ist meistens scheißdreck, die haben meistens nicht dein Leben gesehen, und ich, oh Gott, keine Corona, ich hatte die Impfung, daher habe ich ein bisschen Husten, so, ja, aber, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Mensch scheiße labert, ne, aber, wenn man sich ja dann doch mal darüber, ähm, damit auseinandersetzt, ja, was, diese Couch, wie auch immer, wie sie alle heißen, ja, dass die meisten, doch einfach auch keine Ahnung von deinem Alltag haben, und so weiter, und so weiter, und so fort, und es sind meistens keine nachhaltigen Tipps, ein Trainingsplan, der mit aus fünf bis sechs bis sieben Trainings die Woche besteht, der ist, ähm, hart, ja, und er wird funktionieren, wenn man ihn durchzieht, jeder Plan funktioniert, wenn man ihn durchzieht, ja, nur die Frage ist, wie viel Willenskraft, wie viel Lebensenergie hast du noch, in deinem Leben, und wie gehst du mit dem Rest um, den du noch hast, ja, jeder Mensch hat ein gewisses Maß an Disziplin, für die Dinge, die ihn interessieren und ihn antreiben, nur die Frage ist, wie gehen wir möglichst intelligent mit unserer Disziplin um, und nicht selbstschädigend, und viele von diesen Programmen, die sind wirklich, wirklich extrem, nur damit sie funktionieren, und das ist eben so ein selbstschädigendes Verhalten, dass sogar diese Coaches an den Tag legen, und sogar die Sophia Thiel, also diese, also nicht diese, ich sag das ungern diese, aber Sophia Thiel, die doch so erfolgreich war, in den ersten Jahren, sie hat auch Rückschläge erlebt, in ihrem Leben, und ist dann komplett untergetaucht, und so weiter, und so fort, und es ging auch hoch und runter mit dem Gewicht, weil einfach diese ganzen Pläne nicht sustainable, waren, und, ähm, ich werde jetzt hier ganz bestimmt nicht, jemandem, so einen strikten Tagesplan in die Hand legen, weil ich keine Ahnung habe, wie jeder andere man steckt, ja, das kann natürlich sein, dass jemand um 5 Uhr aussieht, und Krankenschwester ist, ja, und da wirklich Schichtarbeit hat, unregelmäßigen Schlaf, und das ist wirklich der Horror, also da müsste ich mir wirklich noch mehr, mich informieren, wie man da, wirklich eine krasse Veränderung, die elegant, einarbeitet, ja, und, ähm, genau, also, jetzt ganz, ganz ehrlich, so meine besten 5 Tipps, das dauert keine Minute, das alles runterzureden, ich habe es nur kurz aufgeschrieben, also das Allerwichtigste, das Allerwichtigste ist, kein Stress, ähm, warum sage ich später nochmal mehr dazu, das Wichtigste, also das Zweitwichtigste ist, oder das auch sehr wichtig ist, auf andere, scheißen, scheiß auf die Meinung von anderen, scheiß darauf, auf jemanden sagt, ah, hast du abgenommen, scheiß darauf, auf jemanden sagt, oh, hast du zugenommen, nein, nein, einfach nein, wir hören nicht mehr auf die anderen Leute, das ist unser Körper, unser Ding, unser Leben, wir hören nicht auf andere Leute, und wenn es sein muss, dann streichen wir sie, wir blockieren sie, wir vernichten sie für einiges, für einiges Teil aus unserem Leben, weil alles, was wieder zurückkommt, trotz so einer Phase, das sind meistens gute Freunde, und, das Dritte ist, viele so, äh, viele meinen, dass es jetzt in ist, intuitiv zu essen, ja, ja, das ist auch mein Ansatz, nur die Sache ist, du kannst nicht aus einer scheiß Ernährung, äh, meinen, dass diese Person intuitiv isst, und dann abnimmt, nein, ein Nutella Glas ist keine intuitive Ernährung, nein, zwei, drei Pizzen an einem Tag, und noch drei Croissants, und fünf Puddingtassen, das hat nichts damit zu tun, dass dir was fehlt, und dass du gerade Lust drauf hattest, sondern, das hat damit zu tun, also, dass dir was fehlt, und ja schon, aber das findest du nicht in der Pizza, ja, und du hast die Pizza nicht gebraucht, die zehnte, fünfte, die Woche, oder so, ja, und jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Thema, Balance, natürlich ist das erlaubt, ja, und das ist ein Muss, dass man sich ab und zu mal was gönnt, ich spreche jetzt nicht hier von täglich, ein Cappuccino, oder jede Woche drei Pizzen, oder so, nein, das ist natürlich für den Anfang, bevor man mittendrin ist, ja, in dieser gesunden Ernährung, ist das dann natürlich, ähm, ein Muss, ja, also, ähm, generell, um von so einem ungesunden Leiste wegzukommen, ist das schon wichtig, dass man, ähm, Pausen einbaut, in denen der Körper und der Geist ruhen darf, ja, und das ist jetzt auch mein letztes Thema, auch schon mein letzter Punkt, und zwar ganz klar, Anfang und Ende definieren, ich spreche nicht davon, dass man sagt, in einem Jahr will ich 55 Kilo wiegen, ha, irgendwie schaffe ich das schon, ich hungere mich jetzt ein Jahr lang durch, ich faste nur noch, und so weiter und so fort, generell Fasten, sage ich nochmal ganz kurz, ist nur was für gesunde Leute, und nicht zum Abnehmen, und, ähm, äh, anderes Thema, so dieses, äh, Intervall Fasten und sowas, das mache ich selber gerne, aber ich mache das intuitiv, ganz ehrlich, habe meistens in der Früh nicht so den Appetit, und das kenne ich auch schon von ganz vielen anderen Leuten, die da einfach auch, lieber einen schwarzen Kaffee, ein geiles Glas Wasser dazu, und vielleicht, einen Saft, ja, oder so, selbst gepresst, oder, so ein Shake, so aus Urkes, Leinöl, so ein bisschen, doch, Kalorien, ja, also, genau, also, das sind auf jeden Fall so die wichtigsten Tipps, die ich halt rein, äh, also, die ich rein, also, nehmen würde, ja, und, äh, da kann ich jetzt noch so viel mehr erzählen, ja, also, ich habe wirklich so viele Themen, die ich ansprechen wollen würde, und zwar, ja, Calorie Surplus, Calorie Deficit, also, das, was so krass propagiert wird, das ist natürlich ein Ding, aber ein gesunder Mensch, der wird automatisch überflüssige Pfunde verlieren, und die Frage ist nur, wie viel Geduld bringen wir uns selbst gegen, also, können wir uns selbst widmen, ja, wie viel Geduld geben wir uns selbst in der ganzen Phase, und, ähm, das ist wie gesagt, äh, ein Riesending, also, Abnehmen ist nicht nur verbunden mit Körperfettanteilen, nicht, bei jedem ist das der Fall, dass der Kopf auch noch mitspielt, aber, ähm, natürlich, es gibt Menschen, die spielen mit der Ernährung wahnsinnig gut, ja, also, so Bodybuilder, so Wettkämpfer und sowas, ja, klar, die können sich da durchkämpfen, durch die zwei Wochen 1200 Kilokalorien, das ist überhaupt kein Ding für die, ja, aber, ähm, die große Masse, ja, also, viele, die haben einfach auch irgendwann einen Schwachpunkt in ihrem Leben gehabt, ähm, wo sie dann das mit Essen kompensieren, ja, und, ähm, oder dann auch schlechte Gewohnheiten an den Tag legen und die dann eben irgendwie aufs Essen übergehen und auf den Bewegungsmangel, der noch mit dazu kommt, ja, das ist natürlich einerseits die Ursache für Übergewicht, ja, Bewegungsmangel bzw. Kalorien, das ist natürlich, das ist der Schlüssel dazu, wenn man das, ähm, physiologisch bzw. medizinisch, beziehungsweise biologisch begründen möchte, Fett ist ein Energiepolster, diese Energiepolster entstehen dadurch, dass der Körper mehr Energie zugeführt bekommt, als er verbrennt, und, ähm, ja, ähm, da sind Kalorien die Wahl der Methode, dass man das misst, so. Und ich habe auch mal Kalorien gezählt und ich mache das auch richtig, scheiße, oh Gott, da war gerade irgendwas in meinem Laptop, so, das ist einfach rausgegangen, Junge. Also, genau, also ich habe auch mal Kalorien gezählt und ich mache das auch richtig, richtig gerne, wenn ich wirklich alleine lebe, wenn ich gerade wirklich komplette Kontrolle über meinen Ästen habe, ich liebe Kontrolle einfach, weil ich einfach dann weiß, so, ich schlafe dann einfach beruhigt, ich schlafe da besser, ja. Und das ist mein Weg, ja. Und das ist, das ist auch nur ein Schutzmechanismus, meine Leute, aber ganz ehrlich, ähm, wenn du gerade so einfach irgendwie durchkommst und einfach so weiter und so fort und einfach im Gleichgewicht bist, ohne groß Wert drauf zu legen, wieso eigentlich, was machst du richtig oder was läuft gut und so weiter. Wenn dann irgendwas passieren sollte, ja, dann greifen meistens mal die ganzen Glaubenssätze von anderen Leuten. Glaubenssätze sind zum Beispiel solche Aussagen wie, nach 18 Uhr darfst du nichts essen, dann wirst du direkt fett, du darfst, ähm, nur einen Keks frühstücken, du musst Kalorien zählen, du brauchst nur 1200 Kalorien, du musst ein riesen Defizit fahren, damit du abnimmst und so weiter und so fort. Also diese ganzen Scheiße, die die Leute labern, ich liebe sowas immer, wenn das mein bester Freund zum Beispiel damit ankommt, der sowieso super schlank ist und dann einfach meint, ja, Fette machen Fett, da kriege ich den größten Hassanfall, ja, ihm gegenüber, weil ganz ehrlich, ähm, ich werde schon ganz rot, ja, wenn ich darüber nachdenke, das ist Wahnsinn, also, nein, also, jetzt komme ich auch zu den allerwichtigsten Punkten noch, ähm, wie das denn, wie das denn gesund ist, funktionieren sollte, eine richtige Abnahme, ja, ja, ähm, abnehmen, das funktioniert, indem du erstmal den Stress von dir abfallen lässt, ja, es gibt natürlich einen Eu-Stress und es gibt natürlich einen Die-Stress. Eu-Stress ist der gute Stress, von griechischer Vorsilbe Eu, gut, göttlich, hell, und der Die-Stress, der ist halt nicht so gut, ja, und es gibt ein Optimum, in dem wir effektiv arbeiten, das ist eine gefundene Balance zwischen diesen beiden Stressen und das ist so ein Haufen, ein Berg und, also, eine Graf, ja, und in dieser Mitte, da arbeiten wir wirklich am effizientesten, wenn der richtige Stress kommt und, ähm, viele Leute, die haben in dem Die-Stress, entweder sind sie, ähm, werden sie richtig, ähm, depressiv und die haben keine Lust mehr auf irgendwas, aber dasselbe Symptome können natürlich auch bei euch, also bei zu viel, also, ach, bei dem zu viel Stress, also es gibt zu wenig Stress, es gibt zu viel Stress und in der Mitte ist das Optimum, so, sorry, ja, auf jeden Fall, ähm, ich, ähm, kann da nur empfehlen, dass man sich als, also einfach häufiger auch im Alltag erstmal gedanklich an seine eigenen gedanklichen Strukturen Analyse begibt, ja, und dass man einfach mal öfter fragt, was mach ich denn schon gut, was mach ich denn schon richtig, was mag ich denn an mir, das ist schon mal so das Erste, und was hab ich denn gehen lassen, so die letzten Jahre vielleicht, oder Monate, Wochen, ähm, hab ich mich vielleicht weniger geschminkt, und das tut mir aber gut, mich zu schminken, und deswegen würde ich das auch gerne wieder machen, oder bin ich einfach in einem richtigen Scheißumfeld gerade, ganz ehrlich, weil, Leute, bevor ihr wirklich an euch selber hapert und kritisiert und anfangt, irgendwelche psychischen Erkrankungen schon selber zu diagnostizieren, oder ich hab Depressionen und ich hab, äh, oder irgendwelche somatischen Erkrankungen, sowas wie, oh, ich muss eine Schilddrüse Unterfunktionen haben und so weiter, fragt euch doch erst mal, hab ich denn ein gutes Vorbild, hab ich denn gute Freunde, die mir vorbildlich beiseite stehen, hab ich denn auch, ähm, einen guten Schlafplatz, oder eine gute Wohnung, oder hab ich denn überhaupt die Möglichkeiten, um ein gesundes Leben zu führen, und wenn nicht, dann sind das erstmal größere Baustellen, an denen man erstmal kurbeln muss, weil so eine Fatigue, so eine chronic Fatigue, so eine übelst heftige Erschöpfung, die einfach wirklich auch kommt aus dem Nichts teilweise, die sich dann wirklich durchs ein ganzes Leben ziehen kann, die hängt meistens auch mit dem Umfeld zusammen, und vergesst nicht die Epigenetik, denn die programmiert uns tagtäglich um, mit dem, was wir uns geben, an Essen, Trinken, ob wir rauchen, ob wir lesen, und so weiter, also unsere Bildung, die macht auch einen Riesenteil aus unserer psychischen Gesundheit, denn je mehr wir wissen, desto mehr können wir einordnen, ob jemand scheiße labert, oder nicht, weil vieles kann man dann doch wissenschaftlich belegen, beziehungsweise durch Erfahrungsberichte belegen, und ganz ehrlich, auf die große Masse braucht man gar nicht hören, weil die große Masse, meiner Meinung nach, so wie ich das in der S-Bahn sehe, wenn ich pendle, tagtäglich, ja, sorry, oder wenn ich auf der Straße rumlaufe, erstens mal, der demografische Wandel ist in sehr viele alte Leute in Deutschland, mit sehr vielen alten Glaubenssätzen, und auch die Wissenschaft war damals zu deren Jugend noch nicht so ausgeprägt, Watson und Crick, DNA-Modell, das kam erst im 20. Jahr, also natürlich, ja, es kam erst, doch erst so Richtung 2000, ja, und, ähm, es jetzt so viele Errungenschaften und so weiter und so fort, die doch echt auch erst, ähm, durch viel Erfahrung und so weiter, ähm, von Ärzten und von Menschen generell, und, äh, Leuten, die pioniermäßig vorangehen und einfach neue Dinge ausprobieren, äh, getestet wurden, und, äh, da kann man, ähm, da kann man erst mal wirklich sagen, also, die, die wirklich erfolgreich sind, das ist ja nicht die große Masse, ne, und da braucht man sich auch nicht irgendwie, und auch mentale Gesundheit, also, ganz ehrlich, bevor ihr an euch selber meckert und sagt, ich muss verrückt sein, mir geht's nicht gut, oder, ich, äh, bin, ich bin, ich bin noch nicht, ähm, normal, ja, dann musst du erst mal wieder fragen, was ist normal? Ist das Mädchen, das du im Sportunterricht gesehen hast, das wirklich schlank war, oder, sind diese 15 Mädchen in deinem Sportunterricht, die wirklich schlank waren, ist das denn normal? Wenn du mit den meisten dich mal näher unterhältst, dann kommt bei 5 von 10 eine Essstörung dabei raus, oder sowas, ja, oder, ähm, ähm, schlechte andere Verhältnisse, in denen andere Leute, jeder hat seine Probleme, ja, also, wenn du nur mit Gewichtsverlust kämpfst, dann hast du wirklich nur einen Blick auf dein Gewicht, ja, gerade, und dann hilft das auch eben mal, nur seinen Blick mal zu erweitern, auf das, was nach außen rum ist, ja, und auch die medizinische Erklärung, wieso Stress, also, wieso Stress und auf andere Leute scheißen, ähm, auch wichtig sind für die Gewichtsabnahme, das ist ganz klar erklärbar auch, weil unser Körper, der hat zwei vegetative Funktionssysteme, und das wäre einmal der Parasympathikus und der Sympathikus, und der Parasympathikus, das ist halt so der Rest and Digest Modus, und der Sympathikus ist der Fight or Flight Modus, und, ähm, das kann man jetzt mal ganz kurz auf Deutsch mal so erklären, dass wir, ähm, ein Chill-System haben, ein Entspannungssystem, und ein System, bei dem wir auf Hochtouren, unter Adrenalinschub arbeiten können, Stresssituation bewältigen, Schmerzen ausblenden, durchackern, durchbeißen, bis zum Ende, schnell sprinten und so weiter, weglaufen, Gefahren weglaufen und so weiter, also, ähm, das ist auf jeden Fall der Sympathikus, dieser Stressmodus, ja, und, ähm, Stress generell, das arbeitet mit dem Hormon Cortisol zusammen, und Cortisol, das ist ein Hormon, das auch am Fettstoffwechsel beteiligt ist, ja, und da es sowieso schon sehr schwer ist, für eine übergewichtige Person, noch irgendwie klar zu denken, was das Essen angeht, oder, ja, was eine gesunde Lebensweise angeht, ja, okay, das ist natürlich eine richtig krasse Aussage gerade, ja, ich werde es nicht schneiden und auch nicht wegschneiden, das ist natürlich nicht so gemeint, ja, oh mein Gott, also, ähm, aber generell, ähm, durch den Fettshaushalt, äh, sind unsere Hormone mit, ähm, inbegriffen, ja, und, äh, vor allem Östrogene oder Testosteron und so weiter, also die ganzen Geschlechtshormone, die sind ja Steroidhormone, die aus den Fetten bestehen, ja, und, äh, man darf ja auch nicht vergessen, auch zu der Aussage zurück, so von wegen, man wird nur Fett von Fett, das stimmt nicht, meine lieben Freunde, also, das ist ja eine Aussage, das kann ich nicht unterschreiben, weil, ähm, deine ganzen, äh, Phospholipid-Doppelmembranen, ja, in jeder Zelle und sogar in den Zellen sind ja nochmal ganz kleine Kompartimente und Organellen, die ebenfalls Zellwände, also nochmal Wände haben, so kleine runde Vesikel und sowas, das besteht meistens, also Vesikel jetzt nicht unbedingt, aber, ähm, aus Phospholipid-Doppelmembranen, so, und aus das Allerwichtigste in unserem Körper, das ist unser Nervensystem, unser zentrales Nervensystem, ja, und das besteht aus Neuronen und die haben eine Hülle oder beziehungsweise die Axone haben eine Hülle, das sind die Aushäufe, die Ärmchen von den Neuronen, die die Vernetzung vermöglichen und, ähm, die dann auch so ins periphere Nervensystem hier bis zu den Armen und Beinen und etc. wandern und diese Ausläufer, die haben eine, also es gibt Axone, die sind Myelinisierten und die Nicht-Myelinisierten gibt es auch, aber die Myelinisierten, die machen doch den Großteil aus und das Myelin ist eine Fettscheide, ja, also, wer viel Fett frisst, ja, der tut seinem Nervensystem auf jeden Fall was Gutes. Natürlich müssen wir das Maß und die Balance behalten in unserem Kopf, ja, aber, Fette, gesunde Fette vor allem, ja, und auch da muss man nicht übertreiben, ich hab das ausprobiert, ich hab auch mal nur noch Leinöl, ja, zu meinem Salat und auch nur noch die gesunden Fette, ja, man darf auch mal ein bisschen Butter, wer halt jetzt kein Veganer isst, darf ruhig ein bisschen Butter ins Gemüse machen, weil du brauchst ein gesundes Verhältnis zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren und die gesättigten, das sind die festen Fette, so ist die Butter und so weiter und die ungesättigten, das sind die flüssigen Fette und so weiter, das ist halt ganz einfach erklärbar dadurch, dass die ungesättigten eine Doppelbindung haben, die sind halt nicht gesättigt mit Wasserstoffatomen, die Kohlenwasserstoffverbindungen von den Triglyceriden, das sind ja Fette und diese ungesättigten, die sind eben dadurch flüssig, dadurch, dass sie eine sterische Wirkung haben, das heißt, die sind super veresselt und verzweigt, weil die einfach nicht gerade sein können und man kennt das ja schon von Wassermolekülen und von Gasen und so weiter, wieso unterscheidet sich Wasser von Gas? Ja, weil Gas, einfach so Luft zum Beispiel, das hat einfach viel mehr Platz, die Moleküle haben viel mehr Platz und deswegen verflüchtigen die sich und alles, was eben mehr Platz hat, das wird dann halt immer weniger kondensiert, ja, und diese gesättigten Bindungen von den Fetten wie Butter, Kokosöl und so weiter, die haben halt, die haben halt, die lagern sich halt so zusammen, ne, also, genau, und dadurch, ähm, ist das halt eben der Unterschied zwischen flüssigen und festen Fetten, zwischen gesättigten und ungesättigten Fettsäuren, genau, und da braucht man die richtige Balance, also es geht nicht nur darum, nur gesättigte Fettsäuren zu essen, ja, wirklich nicht, also es geht euch mental und körperlich tausendmal besser, wenn ihr dann eine wirkliche Balance findet, ein Stückchen Butter, aber nicht viel, ja, und wirklich, so vielleicht höchstens 10 Gramm oder 5 bis 10 Gramm, ja, für zwei Portionen, eine Portion, ungefähr so, und, äh, da wirklich auch, ähm, noch einen Salat mit, ähm, geilen Ölen, geilen Kernen und so, das ist wirklich sättigend, oder ein Mozzarella oder sowas reinmachen, das ist auch schon gesättigt, ne, ja, und, ähm, also, ähm, ich kann da nur wirklich so von meiner Erfahrung sprechen, so, ich hab das wirklich zuerst einmal in meinem Kopf mich gefragt, wie werde ich denn gesünder, verdammte Scheiße, ich fühl mich so elend, ich fühl mich so, so scheiße, ich fühl mich hässlich, ich fühl mich nicht gut, ich fühl mich scheiße, ich bin auch so dick geworden und was, weiß ich nicht, wirklich so viele Selbstzweifel gehabt, und, ähm, dann hab ich erst mal mir überlegt, so, wie werde ich denn glücklich, wie werde ich denn happy und wie werde ich dann, ähm, wie werde ich dann, äh, gesünder, genau, und dann ging die Reise los, weil das Ding ist, wenn du dich was fragst, dann findest du die Antwort, auch kurz oder lang, kriegst du die Antwort vom Leben, das ist einfach so ein Programm in unserem Leben, dass das immer funktioniert, so, und, ähm, natürlich, bevor man das Penicillin nicht entdeckt hatte, und bevor man nicht wusste, ja, ob, äh, dass es Bakterien gibt, wie sollte man da Krankheiten, Ursachen feststellen, natürlich, was den Rahmen springt, das springt den Rahmen, auch wenn du dich fragst, wie das funktionieren sollte, oder wie du das möchtest, oder wie es um geht, oder wie du den Weg findest, aber das Abnehmen, das ist ja keine Utopie, das kann jeder, körperlich gesehen kann das eigentlich jeder, so, und, ähm, genau, also das Allerwichtigste ist, dass man sich keinen Stress macht, so, und, eben, wieso ist das so wichtig, dass man sich keinen Stress macht, weil das Sympathik ist, wie gesagt, das ist der Fight-or-Flight-Mode, ja, Modus, das bedeutet, du kommst nicht zum Verdauen, die Nährstoffe werden auch nicht absorbiert, in deinem Dünndarm, und, je mehr Stress wir haben, desto weniger verwerten wir unsere Nahrung wirklich, und das Ding ist, dass dazu kommt, das Stresshormon Cortisol, das Cortisol ist die aktive Form von Cortison, und das Cortisol, das ist ein Steroid-Hormon, das ebenfalls aus Fetten besteht, gar nicht so unlogisch, ja, und, ähm, ist das ein Steroid-Hormon? Oh Gott, jetzt sind wir entfallen, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube schon, kann mich immer korrigieren, wie er Medizin studiert, vielleicht, naja, auf jeden Fall, ich denke doch schon, ich muss da gleich nochmal nachgucken, also, auf jeden Fall, Disclaimer, also ich erzähle das jetzt gerade richtig spontan, ich habe mir da gerade gar nichts drüber gedacht, so was ich alles sagen möchte, ich versuche nur den Leuten noch zu helfen, so, die vielleicht doch mal irgendjemand, vielleicht kann ich irgendjemandem helfen, irgendjemand, das wäre schon ganz schön, genau, und, ja, und das Cortisol, also das Cortisol hat folgende Wirkung, ja, erstens mal, das hat eine immunsuppressive Wirkung, das bedeutet, dass das Immunsystem schon mal geschwächt ist, ja, und wenn ihr abnehmen wollt, dann bitte nicht nur abnehmen, denkt euch wirklich, wie werde ich gesünder, verdammte Scheiße, wie kriege ich mein Leben besser hin, wie werde ich dann, ähm, noch glücklicher, ja, und da gehört auch das Immunsystem dazu, das wird so unterbewertet, aber gönnt euch einen Zitronensaft, gönnt euch heiße Tees, gönnt euch und so weiter und so fort, macht ein bisschen Sport, geht in die frische Luft und so weiter, ja, fress frisches Gemüse, also, äh, Entschuldigung, ist frisches Gemüse und, ähm, da ist schon die Hälfte geschafft, ja, also, es sind kleine Veränderungen, die wirklich einen großen Teil ausmachen und vor allem bei so krassen Gewichten, sowas wie bei 130 Kilo, wenn wir so sind, bei meiner Freundin gerade, da ist natürlich, ähm, Gesundheit noch mal höher, an eine höhere Stelle zu setzen und der Gewichtsverlust kommt von alleine und der kommt rasant schnell, so schnell kommt er gar nicht hinterher mit dem Gedanken, ne, das muss ja immer klar sein, deswegen Diätpausen einhalten, mache ich auch gerade, so, auf jeden Fall, das Cortisol hat folgende Wirkung, das ist außerdem, außer dem immundepressiven Teil, ja, man gibt ja nicht umsonst Cortisol bei Entzündungen zum Beispiel, ja, deswegen ist es auch so gefährlich, ne, ähm, aber es hat eben auch eine zentralisierende Wirkung von den Fetten, die wir in unserem Körper haben, das bedeutet, dass, ähm, dass das Fett vom peripheren Teil, wo es unwichtig ist, in Stresssituationen, brauchen wir kein Fett an den Händen, brauchen wir kein Fett an den Armen, brauchen wir kein Fett an den Beinen, wir brauchen das Fett an den Organen, die müssen arbeiten, vielleicht noch länger und durchgehend und Stress, 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 in Stresssituationen wird das Fett von peripheren nach zentral verlegt, damit die Organe geschützt sind, das ist natürlich der Stressbauch, der dann entsteht, bei Leuten, die wirklich dauerhaft gestresst sind und die auch nicht keiner Lebensgefahr ausgesetzt sind, sondern einfach nur den Alltag stressig haben, ne, und bewältigen müssen irgendwie. Stressmanagement, informiert euch das selber, es ist wirklich ein Riesenthema, da kann man viel machen, da gibt es viele Methoden und immer, wenn ihr nach irgendwas sucht, irgendeine Frage habt, ja, das Leben wird euch die Antwort geben, wenn ihr euch ein bisschen anstrengt, ja. Und ich habe eben zu meiner Gesundheit wieder zurückgefunden, also wirklich auch zu meinem richtigen Lebensglück und so weiter, indem ich wirklich auch mir gedacht habe, wie werde ich einfach gesünder und dann habe ich eben aufgehört, mich zu stressen, auch wegen der Uni, ich habe mir gedacht, wenn es nicht klappt, dann klappt das nicht für der Klausel, ich gebe einfach mein Bestes und aber in einem gesunden Rahmen. Ich meine, ich muss viel lernen, es gibt viel Informationen, aber ich bin immer noch auf der Suche nach besten, besseren Lernmethoden, die effizient sind und so weiter. Ich teste mich da wirklich komplett tausend, also durchgehend aus. Ich bin schon im vierten Semester und ich denke trotzdem jeden Tag daran, wie werde ich es am besten lernen heute, ja. Und auch das ist ein Thema und Bildung, wie gesagt, also sucht euch interessante Dinge, dass ihr wirklich den ganzen Tag beschäftigt seid. Wenn ihr aus Langeweile esst, dann versucht wirklich, ein Interesse zu entwickeln, sucht euch einen YouTuber, der euch wirklich taugt, ja. Viele Leute, die vergangenen Regeln recht, ja, und die haben auch wirklich keine Interessen mehr, weil sie wirklich auch dann nur noch ans Abnehmen denken und vielleicht klappt es vielleicht nicht, aber wirklich versucht glücklich zu sein, hört vor allem Musik, ja. Musik hat so eine krasse Wirkung, ja. Musik ist so enorm pushend, ja. Und wie war die Meinung? Hunger, hm? Naja. Auf jeden Fall sucht euch gute Musik. Ich kann euch Playlists verlinken, ihr könnt meine Playlists angucken und so weiter. Das ist wirklich nice. Mucke, ja, zum Lernen, zum Studieren, zum Joggen, zum allem. Alles Mögliche habe ich da angelegt, so ein Playlist. Und ich weiß nicht, ob mein Geschmack euer Geschmack ist, aber das ist wirklich teilweise mein Highlight des Tages, mal Musik zu hören, ja. Ich habe kein Steinchen hier, aber meine Zähne glänzen, ja, wahnsinnig krass, das war jetzt so Kaugummi, ja, Wahnsinn. Ja. Und auf jeden Fall, ja, und dann versucht auch mal wirklich, euch zu fragen, was braucht denn unser Körper wirklich? Woraus besteht mein Körper? Erstens mal Wasser. Du brauchst jetzt keine 3 Liter Wasser am Tag hin, auch keine 4 Liter, 3,8, 2 Liter, nein. Das meiste solltest du durch deine Ernährung zu dir aufnehmen. Dann bist du dauernd hydriert, wenn du das verdaust und das ist auch die einfachste und angenehmste Art und Weise, genug Wasser zu sich zu nehmen. Wenn du genug Wasser durch die Ernährung aufnimmst, dann brauchst du noch ein bis eineinhalb Liter Wasser pro Tag zu trinken. Und das reicht, wenn du dann wirklich einen Gurkenshake machst oder sowas. Das ist ja auch schon fast Ernährung, ja. Und ich habe wirklich auch so diese 16, 15, 16 Kilo abgenommen, so jetzt wirklich 19, äh, 90 Kilo, genau. Und also 89, 90 bin ich gerade so. Das schwankt manchmal auch doch 93 an manchen Tagen. Also da bin ich auch wirklich schockiert manchmal. Aber Leute, solange ich nicht überfräst, solange ich gut fühle mit eurer Ernährung, wirklich baut viele Vitamine mit ein. Vitamine, das ist wirklich so ein Ding, diesen Mangel unterschätzt ihr. Weil heutzutage, wo sind dann wirklich großartige Vitamine in einer Pizza? Wo sind großartige Vitamine in Köttbüller oder Steak oder und so weiter und so fort? Natürlich, ihr braucht die Proteine, ihr braucht die Makronährstoffe. Dazu sage ich jetzt gar nicht mehr viel. Das Video ist auch gleich zu Ende. Also, ich sage nochmal ganz kurz, also Stress auf andere scheißen, auf andere scheißen. Es interessiert die wenigsten Leute, ob ihr Erfolge habt, ja. Dann interessiert es euch doch hoffentlich jetzt auch am wenigsten, ob jemand sagt, ja komm, lass doch einmal drauf scheißen. Komm, wir gönnen uns jetzt einmal. Also den Mittelfinger zeigen und sagen, ich gönne mir hier gar nicht, solange ich keine Gründe habe, aus meiner Routine rauszukommen, ja. Und wenn ihr eine gute, stabile Routine aufgebaut habt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass das klappen wird auf lange Sicht, ja. Nach ein, zwei Jahren habt ihr auch den größten Teilwerk von eurem Kilo Problem und das kommt auch nicht mehr wieder, auch wenn ihr 90 Jahre alt seid, ja. Auch wenn der Stoffwechsel sich verlangsamt, passt euch einfach die Situation an. Da bin ich mir sicher. Wenn man einmal wirklich das Gleichgewicht gesichert hat, dann funktioniert das auf lange Sicht, auf lange, sehr, sehr lange Sicht. Versucht intuitiv zu essen, aber versucht zunächst einmal eine krasse Ernährungsumstellung durchzuziehen. Also wenn ihr wirklich bei so einem Point seid, wo ihr wirklich nur Schrott, 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 Schrott fest, dann fragt euch doch einfach mal, warum esse ich denn das alles und versucht wirklich einen inneren Antrieb heraus, aus dem inneren Antrieb heraus, ja. Nicht um einen Lifestyle zu leben oder sowas, weil das von außen besser aussieht, sondern wirklich für euch selber damit. Probiert es einfach mal aus, ja. Ich habe auch ganz langsam angefangen, ich habe einfach nur ein paar Tage eingeführt, an denen ich einen Apfel zum Frühstück essen sollte oder und so weiter. Ganz, ganz langsam. Es war eine lange Reise, ja. Oder versucht einfach mal drei gesunde Mahlzeiten, drei gesunde Mahlzeiten pro Monat, äh, pro Woche oder sowas zu euch zu nehmen. Ja, und dann wird das immer besser. Stresst euch in der Hinsicht nicht und versucht wirklich das Beste aus jedem Tag und aus jedem Moment heraus zu haben. Das Leben ist sowieso schon so kurz, ja. Und wenn ihr dick sterben solltet, scheiß drauf. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Solange ihr schöne Selfies gemacht habt, solange ihr gelebt habt, ach, toll, kann man da wirklich noch was zeigen, so. Ja. Und, ähm, versucht wirklich auch, wirklich Selfcare zu betreiben. Also wirklich, beschäftigt euch mehr mit euch selbst, ja. Das funktioniert und das wird auch weiterhelfen. Und, ähm, wie gesagt, scheißt auf Programme, scheißt auf andere Leute, scheißt auf ganz teure Supplements. Ich, ich kann natürlich, ich kann gerne mal so ein Food Diary machen, was ich ungefähr so esse, um abzunehmen oder beziehungsweise um gesund zu sein, ja. Und, äh, das Abnehmen kommt von alleine. Wenn ihr gesund seid, körperlich und geistig, dann kommt da das Idealgewicht von in kürzester Zeit, ja. Und, ähm, also, versucht wirklich, viele Vitamine mit einzubauen. Also, viele Gemüse. Ich kann wirklich auch so Tiefkühlgemüse empfehlen. Das ist wirklich praktisch, ja. Das kann man einfrieren, das kann man portionieren, das kann man mit Butter, mit Olivenöl oder sonstiges. Greift auf die gesunden Fette zurück. Ein Avocado ist nicht gut für den Regelwald, aber gut für den Körper. Also, ab und zu gönnt euch auch mal ein Avocado, ja. Und, ähm, ja, ähm, dann vielleicht ab und zu mal, natürlich kann man auch Kohlenhydrate essen, aber ich esse nicht so gerne so viele Kohlenhydrate. Ich brauche das einfach nur nicht so, nur manchmal ist ganz nahe, ist so ein Brötchen oder sowas. Aber so, auf die kalorienreichen Speisen vielleicht am Anfang mal ein bisschen verzichten, so, so krasse Burger, Pommes und so weiter. Das wäre vielleicht ein guter Start, so. Und, ähm, ja, und dann versucht einfach, den Körper zu fuelen, ja. Versucht das einfach, wie so einen Tank zu sehen, der leer ist, den ihr jetzt erstmal auffüllen müsst. Auch wenn ihr genug gegessen habt und so weiter in der Vergangenheit und daher auch zugenommen habt, dann, ähm, vergesst es einfach mal. Tut es, als ob ihr ein neues Kapitel aufschlagt und überlegt euch einfach mal so, ich versuche jetzt einfach immer satt zu sein, ja, und immer glücklich zu sein und auch einfach immer mit dem richtigen Lebensmittel umzugehen. Und intuitiv wissen wir da schon einiges, ja. Auch einige Informationen, die draußen rumkassieren, sind schon haben teilweise Wahrheit. Nur die Fette, die dürft ihr ruhig erhöhen. Das ist noch mein Tipp. Also den Rest könnt ihr euch selber zusammensuchen. Und wenn ihr mit Kalorien zählen weitermachen wollt, kein zu hohes Defizit fahren. Bitte nicht. Also so, das merkt der Körper wahnsinnig krass. Also wenn ihr schon, wenn im Startgewicht von über 100 Kilo seid, dann müsst ihr schon so um die zweieinhalb bis drei, also schon viele Kalorien essen. Äh, 3000 Kalorien, sag ich mal ungefähr so, bei so 110 Kilo. Jetzt erstmal egal, welche Körpergröße, das wäre, ähm, also da sind wir schon bei Kalorienbereichen, ja, das ist halt schon viel. Und das kommt sehr schnell zusammen, wenn wir uns unclean ernähren. Also wenn wir einfach zu den schnellen Lebensmitteln greifen, ja, und auch zu den Lebensmitteln, die sehr kaloriendicht sind. Öl jetzt mal ausgenommen, weil die braucht unser Körper wirklich verdammte Scheiße. Und bitte greift nicht auf dieses Plastiköl da zurück, das wird chemisch hergestellt, ja. Das wird, ähm, chemisch gewonnen von Rapsöl und sowas, das wird chemisch rausgepresst, ja, das ist ja kein, also chemisch rausgelöst aus den Pflanzen. Und da bleibt auch Chemie-Scheiße überall hängen in dem Öl. Öle sind ja wahnsinnig, also sind ja wahnsinnig, äh, unpolare Lösungsmittel. Und da bleiben sehr viel Chemie-Kalorien auch enthalten, auch in diesen ganzen Plastikflaschen für einen Euro, für so einen Liter. Das ist natürlich auch nicht das Ziel. Weil wir wollen ja gesund sein. Also, wenn ich schon auf Öle zurückgreife, meine Lieblingsöle sind Leinöle, die sind sehr billig, also doch 250 Milliliter, so ungefähr für 1,50 Euro. Egal wo, so und, äh, man muss jetzt auch nicht das Teuerste, äh, und so weiter. Und, ja, also wenn ihr dann auch mal Interesse daran habt, was ich genau so gegessen habe, auch und so weiter, würde ich nochmal ein extra Video machen. Das sind jetzt nur die allgemeinen Mentally-Tipps, so die ich, so wirklich propagiere, was erstmal so verinnerlicht werden muss, so, und was dann auch zum Erfolg am allerwichtigsten zieht, also führt. Ähm, wie gesagt, erst einmal das ist der Stress. Versucht den Stress zu vermeiden, ja, zweitens scheißt auf die Meinung von anderen, die interessiert das auch nicht, ob ihr jetzt 100 Kilo oder 20 Kilo weniger wiegt, ja, weil, ähm, dann, äh, schauen die euch mal kurz an, aber großartig, was draus haben werden die nicht, wenn ihr für, für irgendjemand abnehmen wollt, dann tut das doch für euch, für euch selbst. Versucht intuitiv zu essen, aber versucht erstmal eine krasse Ernährungsumstellung, wenn es sehr notwendig ist, ja, und, ähm, versucht wirklich auch gesunde Öle zurückzugreifen, viele Vitamine, viele Mineralstoffe, ihr könnt auch substituieren mit Mineralien, also ich trinke super gerne dieses Zeug hier, das kostet 30 Cent, ja, und nach dem Training oder sowas, äh, wenn ich Sport gemacht habe, dann, ähm, habe ich wirklich auch manchmal Bock auf so einen Magnesiumdrink, ja, und das tut mir wirklich gut, und da ist wirklich nicht so viel Scheiße drin, also das ist jetzt auch ganz in Ordnung, so, von den Nährstoffen, so, und da ist auch kein Zucker drin, versuchst einfach auf die Zucker, auf die raffinierten Zucker, und so zu vermeiden, so einfache Kohlenhydrate zu vermeiden, und sonst gönnt euch doch einiges auch noch, ja, also solange ihr noch nicht, ähm, seht das einfach jetzt mal so aus einer Gönnungszeit an, ja, solange ihr noch nicht, äh, beim Schreden seid, so, wo ihr wirklich nur noch die letzten 5 Kilo mit 1200 Kalorien wegtrinken wollt, ja, da könnt ihr euch noch einiges gönnen, ja, und gönnt euch intelligent, also setzt eure Disziplin intelligent ein, versucht nicht, einen zu harten Trainingsplan durchzuziehen, und achtet auf die Balance, ja, und versucht, wie gesagt, Anfang und Ende klar zu definieren, wenn ihr schon trainieren wollt, und das empfehle ich ehrlich gesagt, erst ab einem Gewicht von 100 Kilo, oder sowas, da, weil, ganz ehrlich, viele Sportarten, die sind da eher auf die Abnutzung von den Gelenken ausgelegt, als auf die, auf das Training, ja, und, ähm, joggen bei 130 Kilo, ey, Leute, lasst das, das tut euch nicht gut, ihr seid erstens mal hundemüde, fertig danach, ja, weil, bei jedem Schritt, den ihr tut, verbrennt ihr schon mehr Kalorien, als jemand, der 70 Kilo wiegt, viel mehr Kalorien, weil ihr einfach mehr Gewicht tragt, und wer dann auch noch joggen geht, ich weiß nicht, also, da muss man wirklich auch einen sehr harten, also, das wird euch euer Körper irgendwann zurückzahlen, da bin ich mir sicher, ich hab's versucht mit Joggen und so weiter, aber ich hatte auch die Motivation, dann irgendwann nicht mehr bei 106 Kilo deinen Körper in so eine Geschwindigkeit zu bringen, da bist du einfach auch lahm, ne, hast keinen Bock drauf, und deswegen würde ich sagen, versuch doch erstmal die ersten paar Kilos durch Ernährung runterzubringen, und, ähm, ganz entspannt, einfach diese Zeit anzusehen, als eine wirkliche Selbstfindungsphase, wo ihr wirklich es für euch selber findet, wo ihr wirklich auch mentally, ganz ehrlich, aktiv sein könnt, wenn ihr schon nicht körperlich so aktiv seid, und beschäftigt euch, beschäftigt euch durchgehend, ja, und, was meine ich mit Anfang und Ende klar definieren, also, wenn ihr dann irgendwann bei einem Gewicht angekommen seid, weil ihr schon sagt, so, ich fühle mich fitter, ich fühle mich auch mehr bewegen, ich habe einfach, je weniger erwiegt, desto mehr Lust habt, euch zu bewegen, ja, ich meine, ich will meinen Körper jetzt mittlerweile wirklich viermal die Woche trainieren, also, ich habe wirklich Bock drauf, weil ich langsam auch Erfolge sehe, und, ja, und wenn ihr dann wirklich auch viel, also, ich meine, so ein Sustainable Trainingsplan, das war so viermal die Woche, vier bis fünfmal die Woche, also, wirklich nicht übertreiben, bitte Leute, nicht siebenmal die Woche gleich am Anfang, das ist hardcore, das könnt ihr ja keine lange Zeit durchziehen, oder das könnte man vielleicht lange Zeit durchziehen, aber, dann, ja, dann ist gut, aber sonst, wenn ihr das nicht schafft, ja, machen ganz ehrlich, und, wie gesagt, auf andere Leute scheißen, zweite Regel, auf andere Leute scheißen, so, und probiert euch einfach rum, seht das als eine Zeit, als Experiment, und das ist eure Aufgabe, an das einfach rauszufinden, den Dreh, ja, wie ihr da rauskommt, und wie ihr das schafft, und Anfang und Ende klar definieren, ich meine so, ganz klar sagen, man möchte zum Beispiel vier Trainingstage haben, und dann hat man aber auch seine drei Tage frei, und das sind Anfang und Ende klar definiert, und man weiß auch ganz genau, man möchte 40 Minuten joggen, Anfang und Ende ist klar definiert, macht durch den Timer, geht joggen, macht Musik rein und so weiter, vergesst die Zeit, und die Zeit vergeht vorbei, und ihr fühlt euch fit, ja, so, und jetzt kann ich noch ein Vorher-Nachher-Bild von mir reinstellen, so, und gestern war noch ein ganz witziger Moment, da habe ich seit langem meine archivierten Chats auf Instagram geöffnet, die ich einfach so aus optischen Gründen so mal entfernt habe, und dann, ähm, habe ich gleich von zwei Freundinnen eine Nachricht bekommen, mit zwei Bildern von Jacqueline Hill, ja, und die Arme, die hat ja auch voll zugenommen, ja, ich war ja damals bei, ich war ja eigentlich immer, also das, ich bin ja erst 23, so, na, mit 18 hatte ich dann ein Gewicht von 60 Kilo, so über, zwischen 60 und 70 eigentlich, also zwischen 60 und 70, 2018 war ich bei 55, da habe ich auch meine Tage nicht mehr bekommen, Leute, macht das nicht, so drei Wochen nichts essen gefühlt, und dann bin ich 2018 bei 75 Ende 2018 gewesen, so, ja, über 70, so 71, und dann war das ziemlich rasant gegangen, dann war ich Ende 2019 bei 87, ne, 96 oder sowas, bei 96, und dann die letzten Kilo, die letzten 10 Kilo, die habe ich auch das ganze Jahr 2020 einfach so easy zugenommen, dann war ich bei Dezember 2020 bei 106 Kilo, und das wäre auch ewig noch so weitergegangen, wenn ich jetzt nicht irgendwann gesagt hätte, also meine Gesundheit ist mir schon noch wichtig, und dieser Moment kommt nicht einfach so, und ihr braucht auch nicht auf den richtigen Moment warten, sondern, das ist eine Frage von Informationen, die ihr habt, das ist eine Frage von Einstellung, von Umfeld und so weiter, also es fallen sehr viele Dinge zusammen, und wer es nicht schafft, der schafft es nicht, und das ist auch kein Problem, es gibt andere Dinge, die im Leben auch wichtig sind, also man hat Kinder, man hat Familie, man hat andere Momente, die einen glücklich machen, das Wichtigste ist, glücklich zu sein, und wenn man auch mit einem unperfekten Körper leben kann, dann soll man das auch einfach machen, mein Schlusswort, tschüss, tschüss, mwäh, ach,